So meine Freunde, es ist 5.12 Uhr und für mich geht es jetzt ab und an Dortmund. Mit den Forzatzen fahren wir zusammen ins Harz. Schwabe, wie ich bin, haben hier natürlich den günstigsten IC rausgesucht, aber muss dafür jetzt auch früher los. In dem Sinne, wir sehen uns. Ich werde dir das so in den Rachen reinkloppen, dass wir die Zahn ein bisschen in den Arm schieben können, um die Zähne zu putzen. Mein Sohn, mein Sohn, wie ist die Lage? Stimmung ist neutral. Egal, ich kann mich aber nicht bewegen. Und, ähm, was neues Handy, Digga? iPhone 13, 14, Koch-Ausbildung. Ja, zum Glück gibt es kein Aroma-Handy, Jungs. Das findet ihr gerade alle wissen, wie es ja nach Finn nach Zwiebeln liegt. Liebe Leute, wir sind immer noch auf dem Hinweg. Wir sind stets am Lüften, wie man sehen kann. Scheiße auf der Geheimdiener hat es wieder hier ganz doll gekratten, Buxhude. Boah, ich glaube, ich kann mich auch nicht mehr auf dem Hinweg. Mein Digga, er hat sich verdreht, echt gewaltig. Die Karosserie fällt mir aus dem Knopf. Tür fällt raus. Scheiße, aus allen Löchern gerade. So, und damit herzlich willkommen. Weiter Runde fort, Stubi Tuma. Ja. Wir gehen rein. Erstmal richtig, Schuhe. Das ist ja Spaß, oder? Kannst du mal aufhören, steht zu bleiben? Nein, Digga, Schuhe aus. Das ist ein geiles Ding, oder? Digga, die dreht sich automatisch. Was ist das denn für? Ach, die Osmo? Klar. Die ist echt gut. Ja, die Osmo. Kann die sich auch einfach in meinen Arsch verdrehen? Wenn du das willst, bestimmt. So, der Lern. Das ist ja Spaß, oder? Wohnzimmer. Was denn? Da ist ein Riese. Hilfe, wo kommt der her? Ich war noch nicht mehr. Komm. Hoch. Ach, gut, dass man keine alleine Sachen geholt hat. Okay. Hä? Ja, Mensch. Digga, ich hab mich. Ich bin so der Fuck-Esel. Ja, natürlich. Was denn auch sonst? Hier nächtigen die Gold-Spammer. Lauf mal gegen die Lampe. Für Content. Ja, oder? Und hier. Hier schläft Team Fortified. Hier schlafe ich mit Filz runter. Wie ihr seht, wer ist der Schwabe hier und wer ist der Reiche? Der, der sich die extra Bettwäsche hier mitliefern lässt und Handtuch. Für 30 Euro. Niemals. Ihr werdet nachher sehen, meine Bettwäsche ist die beste von allen. Die Schnauze. Ja, okay. Nimm mal hier. Süßer Schwab. Wolltest du auch meine Adiletten? Ja, ich auch, Junge. Adiletten sitzen schief, du weißt. Tada. Hier. Guck mal hier. Und rein. Und jetzt? Ist das nicht geil? Ja. Boah, das ist echt englisch, ne? Ich glaub, wir geben Scheißen, damit das aufbricht. Boah. Junge, da gehst du die Tür raus. Das hab ich rein. Da hab ich gerade so einen Lachshaus reingehaut. Dann packst du Koriander, dass ich da... Echt so? Junge, mach die Tür zu. Das riecht wie Gas, Kammer. Guten Morgen. Den riech mir mal auf. Das ist der Spaß, oder? Das ist der Spaß, oder? Ja, geil, Alter. Das ist meine Dutzel. Also, ich hab sechs Betten gesehen und wir sind acht Leute. Ja, zwei auf der Couch. Zwei am... Die Wohnung ist nur für sieben gedacht. Das hab ich doch dann auch irgendwann reingeschrieben. Aber es hat ja keinen interessiert. Hat ja wieder keinen interessiert, gell? Aber hey, hier wird genächtigt. Der Kale passiert, gell? 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 Das wird ein bisschen... Lass mal Kopf anschlagen. Läuft die? Ja, natürlich läuft die. Die ganze Zeit. Digga, du siehst so scheiße aus. Aber ich glaub, das ist nicht die Kamera. Halt wieder auf den, Digga, komm. Nein, halt auf den. Ja, das sieht besser aus. Aber ich muss wirklich sagen, das ist Katastrophe. So. Ne? Dann machen wir mal wieder woanders hin. Digga, wenn ich schlapp schließt, Alter. So, lass mich mal wieder, komm. Digga, lass mich mal. Jetzt auf einmal bisschen... Lass mal Papa, Junge. Du einmal auf den Klippel drückst, dann... Dann hältst du dir dein Maul? Ja, probier mal aus. Ja, wohl. Alter, das ist richtig gut. Gesundheit. Boah, ich hab so... Ich glaub, neuer Subsand. YouTube Money ist da. Handelt mir. Alles nur wegen Schutzprime-Subs. Man, gib mir your fucking Prime, mate. I'm so fucking Prime. Da werden Freundschaften zerbrechen. Meine Freunde, versuchen gerade den Berg rückwärts runterzufahren. Die Kupplung ist bereits durch. Schau mal vor, der Bremsstuhl platzt jetzt einfach. Sieht man das? Wir sind nämlich aufgesetzt beim Vorwärtsfahren. Hört sich besser an. Boah. Super. Hat eine schwere Geburt. Total einfach. Hat aber auch nur eine Kupplung gekostet. Also geht eigentlich. YouTube Deutschland, armes Land. Jetzt muss man hier auch noch kurbeln. Erst mal lüften, Digga. Wo waren wir denn hin? Edeka? Guck mal, nächster Edeka, wa? Mann, wieso ist es schon wieder langsam? Deine Prognung. Junge, das war drei Stunden lang noch lauter. Jetzt weiß ich, glaub ich, was... Hat nicht die Hände überhaupt solche Boxen? Ja, natürlich. Jetzt stell dir mal vor, du hast so einen kleinen, wie Finn, also, ne? Moment mal, was? Um was geht's? Und salz dir einfach das Zehnfache mit. Ja, zeig mal, salz dir, zeig mal her. Aber die Frage ist, vielleicht wird der Block ja geiler von euch. Ich denk mal schon. Trotz, guckt es euch an, der Mann verdient zu viel. Also salz dir filmt mehr, ich würd sagen, sein Block wird geiler, aber wir sind einfach die geileren Typen. Würde ich auch sagen, ja. Ambu, wie viel hast du drin von dem Harz? Also, normalerweise bin ich nur ein Schnapstrinker und vertrag eine ganze Pulle Jägermeister, aber wir haben übrigens einen Harz-Schnaps gerade aufgemacht. Ich hab davon so sieben Shots getrunken und ich bin gerade wirklich, ich bin wirklich weg. Sieben oder sieben? Ich glaub, es waren fünf, aber hey. Nein, ich hab fünf, ich hab's gemacht, ich hab's gemacht. Bro, du musst mal mitzählen, Alter. Das war ein Video, du musst mitzählen. Das waren auf jeden Fall fünf, du bist jetzt, du bist jetzt, du bist jetzt eingetrunken. Du wirst ja nicht mehr eingetrunken, du wirst ja nicht mehr eingetrunken, wenn du wirst, wirst du vier. Nein, nein, ich glaube, du kann auch alles, es war doch gar nicht alle fünf und hab ich leer gemacht. Das ist jetzt vier, Alter. Das ist jetzt vier, Alter. Das ist jetzt viel Spaß, oder? Ich mag das, ich mag das, was du machen. Bro, ich bin Hacke, ich kann gucken. Ich bin auch Hacke, dich. Guck mal da, guck mal, das ist für unser Channel. Guck mal, Embo. Ah, Embo. Bro, da, ein Jäger geht immer. Bro, ich bin aus, Alter. Das ist der Spaß, oder? Eine Runde noch, Tim, eine Runde noch. Oh, geil. Digga, Küche ist so am Schwanken. Pack auf, die Rundenzeit. Hat einer die Rundenzeit, bitte? Drei Minuten geht die Runde, schon. Bing, bing, bing. Lass auf Power jetzt ran, Junge. Hier wird nur Wasser getrunken. Ausschließlich Wasser. Was macht der Embo gerade? Was halten wir davon? Nichts. Wollt ihr ja nicht den ganzen Jäger trinken? Digga, der trinkt allein den ganzen Jäger. Den ganzen Abend, jetzt filmen wir auf den Jäger. Was ist das? Da ist noch so viel drin, ne? Können wir uns den jetzt, Luca? Ja, kann man machen, eigentlich, ne? Ich muss noch kurz Steffens Nase filmen. Kannst du kurz schnäuzen? Ungern. Wieso denn? Weil ich das Gefühl hab, dass du durch meine Nase in mein Gehirn eindringen willst. Da ist doch eh nichts zu holen. Haben Sie nicht mit Piz mitgefilmt? Ja, ist halt nicht mehr so viel Zeit. Kannst du nicht, wenn ich im Rahmen davon? Ja, ist halt nicht mehr so viel Zeit. Küche. Zeig mal Schlitz. Jetzt macht er nicht wieder zu, mein Junge. Gleich Sauna? Das stimmt tatsächlich nicht. Warum willst du nicht dann auch? Dir kann das jemand anders an den Mund halten. Nein, also ganz ehrlich, es gibt da einen Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Ja, den kenn ich. Ja, und der ist? In 30 Sekunden erklärt? In 30 Sekunden. Ja, mach mal. Naja, Eigentum ist... Benjamin Webert besitzt das Fluffige, aber es ist mein Name. Du kommst da safe, ne? Ich weiß nicht, warum, aber... Elf Uhr morgens und dieser Mann brät Leberkass. Leberkass. Was machen? Lieber Qualitätsfrühstück. Aus dem Top, Junge. Hör mal, wie Luca da sitzt, Junge. Luca Outfit-Shirt. Soll ich jetzt beim Essen filmen, oder was? Doch. Ja, beide Top-Bes. Hör mal rein, Junge. Mane mal ein bisschen. Must-cam, Junge, must-cam. Must-cam, Junge. Du brauchst noch locker 10 Kilo filmen, damit du gegen Salze überhaupt sie kannst. Boah. Adieu, man. Ich komme wieder zu dir zurück. Salzberg. Gibt es dir? Junge, der spielt wirklich Spiele auf seinem Handy, ne? Das hab ich zuletzt gemacht in der 7. Klasse, im Bus. Ey, der arme Junge braucht gerade mehr Tützlaps. Guck mal die Hose an. Das geht nicht mehr. Normaler Mensch, und da hat er kein Psychopath an Namen. Nur Clash of Clans auf ihrem Handy. Sonst hat man keine andere Spieler. Vielleicht noch Tempelrun, Junge. Aber das ist dann wirklich nur ganz selten zu benutzen. Junge, irgendwie ist das hier gerippt. Ach nee, es müsste eigentlich bald mal losgehen hier. Das ist jetzt sehr schön. Was denn? Spiel 2, wie ist das, dass ich umarme, da? Das ist mein Sohn. Ist das auch wirklich teilt? Ja, das ist mein Papa. Ich geh bis zum Bauchnabel, aber das war so. Der hat immer fleißig aufgegessen, Junge. Der hat was Vernünftiges zum Frühstück bekommen, Junge. Ich hab mal gehungert für mein Kind, Junge. Danke, Papa. Mit der große Stärkenwert, Junge. Ich glaub, nichts ist wödeloser als weil du mein Zehntemunze getötet hast. Wunst dann und fängt dir so ein Baum einfach nach vorne zu machen. Steffen, was hast du da? Ein isotonisches Getränk. Ah, dachte ich mir. Wer bist du? So, Leute, wir gehen heute wandern. Es wird spaßig. Ich hab immer noch Schaden, Junge. Eieiei. Ich hab die Eichschaden. Guck mal, sie sehen immer so geistig gestört aus. Das sind meine Haaren. Die sehen immer noch so behindert aus. Junge, was ist passiert? Es ist ein kompletter Verfall. Wir gehen jetzt. Da lang? Ja. Jetzt, hier ist der Profi. Junge, halt doch mal die Kamera. Die bleibt doch gerade, Junge. Guckst du dir an, die ist doch krass. Ja, aber du fährst immer auf den Boden, dann fällst du ja auch auf den Boden. So, Freunde, da sind wir wieder. Jetzt, ähm, wir haben ein bisschen gewootspanned. Da musst du halt Holz her. Da haben wir ein bisschen was abgeräumt. Das ist so ein Reiche für die eine oder andere Howie-Shell. So ungefähr sieht Ambus-Basis ein aus. Ja, Junge, vorne siehst du bei der Rücke, dass sich dann diese Connections hier nach unten baut, der gar nicht sofort eingerissen werden. Das soll eine Forderung sein, aber... Das war die... Hör mal zu, jetzt hört mal zu. Ihr versteht das nicht. Hier unten. Und Kärme aus. Da steht, da steht die Flagge. Ja, okay, Leute, und da mit der. Jetzt film mal den Trench, der ist krank gebaut. Da unten ist die Stahlschicht auf jeden Fall. Ja, das ist der Trench. Ja, okay. Aber mir fehlen die Sandsecke ein bisschen. Das ist ein Spaß. Das ist ein Spaß, oder? Das muss ein Spaß sein. Das ist ausgestrichen. Das ist kein Spaß. Aber jetzt mal ohne Scheiß, wenn der ganze Hartz stirbt da gerade, was ist denn hier los, ey? Das ist nur der Hartz. Das ist bei so. Ja, ja, Liga-Land und so. Das heißt einfach an Bürgergeld. Ich finde es schlimm, dass hier mal Hartz gesagt wird. Ja, ja. Virgi-Geld. Oh, jeder vergisst die vier, Junge. Wie filmst du eigentlich? Man sieht überhaupt nichts. Willst du dir so ein Video angucken? Hä? Guck doch, man sieht doch alles. Keine Gesichter drauf. Die Kamera dreht doch. Bro, also lieber kein Gesicht als sein Gesicht, sag ich immer. Ich sag immer, es gibt einen Grund, dass du hinter der Kamera bist, Digga. Du filmst doch wieder ein Buch. Ich kann sie auch drehen, du Bastard. Jetzt schalt die Leute ab. Das ist der Spaß, oder? Das ist der Spaß. All right. Also, sie laufen auf jeden Fall die gottlosesten Wege, weil der Mann da vor mir keine 8 Euro bezahlen wollte, um den richtigen Wanderweg rauszufinden. Das sind 16 Mark. Das sind 32 Ostmark. Boah, Fisch. Auf jeden Fall sind das irgendwelche Mountainbike-Trails eigentlich hier. Mal gucken, ob wir überfahren werden. Was können das denn in der Logo einmal gelesen sind? Ui. Alter, film. Ich kacken? Ich kacken? Ich war doch kacken, mein Freund. Ich glaube, da muss jemand kacken. Alter, die Belichtung ist der Wahnsinn. Film nicht auf meinen Arsch, ja? Alter, was ein Weg. So lang, Lukas. Film nicht auf meinen Arsch. Ich weiß, ich weiß. Ich bin dann richtig getroffen. In der 9. Klasse, da meinte einer mal so mal in Gang. Ey, Luca, warum schaust du dir Lehrerin auf den Arsch? Und das war so unfair, weil ich das gar nicht gemacht habe, ne? Alter. Seitdem war ich immer der, der der Info-Lehrerin auf den Arsch fließt. Ich glaube, das ist einfach ein Maß. Keiner weiß so genau, wo wir sind. Aber es ist auch nicht so wichtig. Und das Schlimmste ist, ich finde es auch hier. Spaß. Hey, Köln 23, was haben wir hier? Der süßer Spaß. Ein Sieg, man kriegt keine Zecke, Junge. Ein Sieg? Ich sage mir, dass wir nicht den gleichen Weg zum Klaufen müssen. Doch. Was? Das ist kein Rundweg. Das ist jetzt kein Spaß, oder? Das ist jetzt kein Rundweg. Wir müssen den zurück, aber nicht ab... Ja, weil da wird ja wieder alles... Ja, das ist eh alles schon nass. Ja, okay. Ja, hast recht. Bei mir noch nicht. Runter! Da müssen wir ja hier so gehen haben, entlang. Stefan! Komm mal zurück! Mein Sohn! Einfach zurück! Abwart. Abwart. Junge, jetzt mal ein bisschen Musik wie marschiert, Junge. Da hat eine Box dabei. Jetzt, jetzt mal. Jetzt wird's schön. Ich mach den Schnee für den an. Das ist die Fett, Junge. Luca? 25 sieht das erste Mal eine Waldameise. Ja, natürlich, wenn ich im Ruhrgebiet wohne. Nein, 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 das ist fester. Aber in der Welt an das Ruhrgebiet gibt es Waldameisen. Ich weiß, da ist nichts. War genauso verwirrt. Da ist doch die Schwefelquelle. Was für Schwefelquelle? Na du? Ich frag mich wie die Mikrofonqualität ist. Wahrscheinlich gerade ziemlich beschissen. Ja wegen des Windes oder wegen dem Wind. Was meinst du? Ich denk mal wegen des Windes. Welcher Fall ist das? Hast du Abitur? Gerade so geschafft. Gerade so geschafft? Deswegen bin ich jetzt kochen. Kann ja nicht jeder zum Zoll gehen, gell? Ne, das stimmt. Dann guck dir den da vorne an. Ob der sein Abi bekommt, da bin ich mir noch nicht sicher. Ich? Zweifelst du mündlich Deutsch? Mein Sohn. Jetzt gucken wir mal aus, was für ein Schnitt da am Ende rauskommt. Wenn der schlechter ist als ich, dann... Wollen wir eine Wette abschließen? Können wir gern machen. Wessen Vlog als erstes kommt? Euer oder... Ja, deiner. So halt die Fresse. Deiner kommt doch gar nicht, Junge. Du musst erst nach Berlin noch nachfragen. Deiner kommt, also bei uns kam das Hotkey Video. Das ist also... Ab jetzt. Das Hotkey... Mein Weißwerk ist gar nicht in der Polisie zu checken, Junge. Ja. Sieht aus, Junge. Hä? Mein Sohn. Erklär mal, was ist hier alles drin? Jetzt, wenn die Kamera so zum Schluss kommt. Das ist eine semige Booyah Bass. Erklär mal. Das ist... Protein. Das ist ein Spaß. Das ist es es. Und das ist kein Spaß. Wollen wir jetzt noch mehr rein oder was? Wir haben das gute Isoclir von ESN. Dazu... Banane. Eistee. Dazu... Apfelkirsche. Dazu Pepsi. Dazu Goldbräu. Dazu Hamig. Dazu 43er. Keine Ahnung, wo da steht. Eines ist Eistee. Eistee. Und... Ja, hier sehen wir... Und der Junge hat sich davon gerade schon eingeschmiert. Hä? Ich hatte auch geschluckt. Ich hab vorhat, Alter. Das wird meine Leistung hier so geschmälert. Naja, du hast ja danach... Also, er hat keine Mine verzogen. Du hast fast gekotzt. Ja. Weil du einfach ne Pussy bist. Ich hab den härtesten Teil weggetrunken. Wir werden jetzt sehen, wie er auf den... Also... Auf die Schicht reagiert. Ja, ich spül ja runter, direkt. Also... Ja, ich glaub, das war nämlich der Fehl. Ich hab meinen Mund aufgemacht. Ja, genau. Ich muss ohne Mund aufgemacht, Digga. Ne, ich hab danach... Ich hab dann einfach richtig geschmeckt. Ich zieh erst einfach durch die Nase und dann passt das. Ja, okay. Also, ich hab ein bisschen den Koks dran. Kennst du hier... Wie heißt das? Margarita? Wo da so Salz dran ist? Das ist jetzt hier aber quasi ein Problem. Oh, lecker. Ja, ne? Mein Salz. Wer will denn jetzt den Ersten, Junge? Hey, ich trink den ganz. Den trinkt er jetzt alleine? Bäh. Du wirst so speien gleich, ne? Du musst halt gucken, dass du hier noch nicht erstickst. Das ist ein bisschen profisch. Hier ist Lebensgefahr, Junge. Aber es sieht aus wie ein Checker Milch-Shake. Ja, der sieht echt gut aus. Sollen wir noch einen Strohhalm, so einen Minzblatt? Also ich werde nicht sagen, dass ich das gut gemacht habe. Ein Moab-Erblatt. Sieht richtig stark aus. Ich freue mich, ihr medizinisches Pfad. Alter, hört auf. Jetzt geht's los, Küche. Waren wir schon wenig. Ihr müsst das über euren Unterarmen prasseln lassen, hallo. Ihr müsst das über euren Unterarmen prasseln lassen. Ja, ja. Nein, Digga, warum denn? Ach, wer war das? Digga, wir müssen ihn nochmal machen. Junge, das schöne Getränk, Mann. Nein, nicht. Deine Kaution. Meine Kaution. Oh, Gott. Weil es ist da auch ein Tisch. Oh, Gott. Alles in den Tisch. Weil sie auch nicht sind. Alles in den Tisch. Ey, das sieht doch gut aus. Küche, jetzt ran. Küche, 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 Küche. Küche, 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 Küche. Hier ist der Löffel. Rein, rein. Das ist der Spaß. Junge, so, liebe Leute, da sind wir. Da sind wir wieder. Wir gehen jetzt zum... Dreh mal hier den Laden, Junge. Wann dreht der? Wieder dreimal drücken. Ja, hab ich doch. Jetzt dreh mal hier. Mach doch mal nicht so Auge. Ich schwör's, ich drück dreimal. Eins, zwei, drei. Ja, geht doch. Ja, geht doch, Junge. Da sind wir jetzt am Balkan. Kann der zoomen? Ja, egal. Junge, das ist der Spaß. Wir wollen ja rechts gucken, links gucken. Und dann eigentlich nochmal rechts, aber wir sind ja schon gegangen. Das ist der Spaß jetzt. Das Ding ist, wir wollen in, weiß nicht, drei Stunden ein Kochstuhl machen, aber die sind alle so fett, dass wir jetzt nochmal zum Balkanrille gehen. Junge, das ist aber normal. Ich glaube, ich werde mir so einen Salat reinzwirbeln, aber mehr auch nicht. Kürze Bewertung. Schmeckt? Sehr gut. Nicht hier, sondern danach. Ja, genau hier. Wir müssen nach Braunlage. Alter, jetzt aber. Wo ist der Schneeschieber? Wirst du marschieren? Ja, schon. Alle erkältet. Und das war die, Junge. Ich bin halt mal drauf. Komm mal. Ich geh mir mal die Kamera, Junge. Das sind die größten schmalen Händler, die ich je gesehen habe. Guck mal nach da vorne, Junge. Was ist denn mit denen? Ach, Junge, wo soll mich denn denn? Was ist jetzt los? Ich bin da mit der Kamera. Ich hoffe, das sieht man, Junge. Das muss der Spaß sein, oder? Mu, ist das der Spaß? Das ist absolut lächerlich. Also ich finde da fast keine Worte dafür. Wie ist die Lage? Ähnlich komfortabel wie in dem Opel Corsa. Alter, dieses Auto ist der absolute Wahnsinn. Stellt euch vor, Steffen hier, ohne Beinfreiheit. Ambo, auch. Da hinten Luca und ich einfach in der Mitte. Könnt ihr euch ja denken, wie viel Platz ich da abbekomme. Ja, genug. Ich finde, da kann man sitzen, Junge. Eigentlich schon, ja. Da hätte ich mir auch mit dem U-Britter da mit besitzen. Das würde alles passen. Eigentlich schon, ja. Junge, wo filmst du schon wieder hin? Wann ich nicht. Er filmt mir einfach Karosserie. Soll ich lieber in dein Gesicht filmen? Ja, oder in deins, Junge. Naja. Was soll das? Gleich gibt's das. Gleich sitzt ein paar. Sie haben mir ins Gesicht gefilmt. Das dürfen sie nicht. Das dürfen sie nicht. Junge, was ist die ganze Kämpfe? Wo soll ich denn reingucken? Mir doch egal. Wie die Film. Das ist dieser Spaß. Das ist dieser Spaß. Gib mal ein Fazit. Was sagst du den drei Tagen hier? Entschuldigung. Katastrophe. Hier drüben. Nein, nein. Wunderschön. Wenn schon hier, Digger. Junge. Was ist deine Meinung so? Meine Meinung ist, ich muss erst mal an den Chor dran suchen, Digger. Seine Meinung ist irrelevant. Guck mal, der fährt auch gerade. Ich muss euch hier mal merken, Junge. Salzwerk ist nicht gefragt. Guck euch mal die Hose an. Der arme Junge. Junge, ihr müsst mal ein paar mehr Zapster reinmachen. Alter, der... Guck mal, bei mir, Junge. Ich habe die ganze Hose ab hier nicht mal. Das heißt, bei uns müsst ihr erst recht um Sonntag 20 Uhr vorbeigucken und den Zap da lassen. Das ist ein Twitch Prime. Ich habe gehört, der ist kostenlos. Aufsetzt. Was ist so dein Fazit? Mein Fazit? Er muss kurz sagen, dass er einen größeren hat. Also was mich am meisten aufregt hat, ist halt wirklich, dass es uns vorher gesagt wurde, dass es drei Tage lang durchregeln soll. Im Endeffekt hatten wir zweithalb Tage Sonne. Wir hätten eigentlich die ganze Zeit grillen können. Hätte er es mit dem Regen gesagt eigentlich? Ja, der Lohr hat hier vorne ein Fiss. Wer hat das nochmal reingeschickt, Junge? Den Wetterbericht? Ja. Ich weiß auch nicht mehr. Ich habe gar nichts reingeschickt, Digga. Du hast sogar den von dem Brümmerhandel reingeschickt. Ja, wo kann ich denn für den Wetterbericht, Digga? Also ich jetzt selber schreibe. Wer hat das reingeschickt? Ja, ich nicht. Nein. Ich habe gar nichts gemacht. Ich glaube, ein bisschen geht noch. Ein bisschen geht noch? Ein bisschen weiter runter. Da hat er dich erschrocken. Steffen, was ist dein Fazit? Wovon? Von den drei Tagen hier. War gut. Es waren viele Zecken. Ja, es waren viele Zecken. Ich glaube, das ist ein gutes Fazit. Da hast du eine ziemlich fette. Ich komme von unten. Ich habe mein Auto unten abgestellt. Soll ich das? Kann ich da schon mal warmlaufen lassen? Dieser Mann wird sein Eis groß werden. Wie lange meint ihr? Braucht ihr noch? Aber keiner will es. Eis? Ich lasse den Wagen jetzt warmlaufen, wenn er schon nach hinten rein möchte. Ich weiß nicht, Junge. Das ist wirklich reulig. For me? Is it for me? Is it for me? Is it for you? Ja, von wirklichem bisschen weh, der ist das. Können wir es einfach drin lassen? Du kannst das jetzt in einem Zug, Junge. So, zieh dir das vom Stab. Rekordversuch. Dieser Mann wird nur mit einem Zug dieses gesamte... Ist doch egal. Du wirst so ein Brain-Freeze. Zieh durch. Jetzt hör mal zu, meine Kinder. Passt mal nicht auf in der Schule. Mach lieber was Vernünftiges. Schwänzen oder Kiffen oder so. Ja? Was ist das so? Nein, das Problem ist, das geht vorm Stiel nicht ab. Ja, mehr Kraft. Ich will ganz mal leben. Ich hätte das geschafft. Ich bin dumm. Hat der Stiel abgebissen? Nein, das hat er nicht, Junge. Es ist eigentlich kalt, um sozusagen. Ordentliches denken von der Kuh. Wie lange soll der Stiel denn sein? Die Kuhfrank sind ja gar nicht. Der hat gerade schon wieder aufgesetzt. Oh, der ist noch ein bisschen, Junge. Nimm das auch noch mit rein. Der spuckt die Hälfte wieder raus, oder was? Und, merkst du schon? Irgendjemand hat diese Schaukel kaputt gemacht. Der steht da, Junge, ist gerade ein Eis. Wer war das? Der stand da so knack auf einmal. Er so, was war das denn jetzt? Ich gucke auf den Boden, so zwei rote Splitter. Er so. Das waren die 600 Euro. Guck mal. Alle halten wir raus. Mist, das Auto aller Zeiten. Jetzt haben wir uns jetzt einfach die Endkarte.